Und Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Faxi mit einer weiteren Ausgabe von Horrorfilm Vorstellungen. Diesmal gehen wir wieder so zu den Klassikern, die nächsten drei Stück, die ich euch zeigen will. Der eine oder andere wird sie erkennen. Eigentlich ist dieses Video auch mal ein Game für die neue Generation. Denn die Filme werden auch früher oder später irgendwann vielleicht sogar in Vergessenheit geraten. Vielleicht nicht so doll, aber viele werden die gar nicht kennen, weil sie heißt, was ist das? Also fangen wir doch gleich dann einfach mal an. Was habe ich denn heute als Vorstellung? Letztes Mal hatten wir Freddy Krüger, Maike Meier und also Nightmare, Halloween und Freitag der 13. Jetzt schwenken wir um auf, ihr könnt euch bestimmt schon vorstellen, die richtigen Hardcore-Fans, ein bisschen garantiert, was hier zum Beispiel fehlen könnte. Wie zum Beispiel, ja, sorry, habe falschen angeklickt. Ja, wie zum Beispiel Shaki. Auch Shaki können wir ruhig, glaube ich. Shaki ist eigentlich immer noch aktuell. Ich mache mal Shaki ein kleines bisschen größer. So eine Puppe, eigentlich geht das da ein bisschen Magie. Wenn man so die ersten Filme kennt, die Person ist, also der Killer, ist in die Puppe von Shaki. Die Seele davon ist in Shaki drinne. Und, ähm, ja, so fängt das eigentlich erst an. Und eigentlich war es auch nur für den ersten Film bestimmt. Aber war so erfolgreich, dass zwei, drei, vier, und das zeige ich euch alles mal. Und auch ein paar mehr Filme zusammen bekam. Ähm, zwischen anderen Filmen, ähm, von Shaki, also, wenn man sich so die anderen Filme, gibt es da wirklich im Moment eine lineare Zeitlinie. Nichts anderes, nichts Verschiedenes. Sondern wir haben Shaki, die Mörderpuppe, Shaki 2, Shaki 3, Shaki ist eine Braut, Shakis Baby, Course of Shaki und Cult of Shaki. Das ist so wirklich eine Reihe, die sich, ähm, zusammen sehr gut ansehen lässt. Nur halt, wenn man sich so auch andere Filme überlegt, so wie Freitag der 13er, sind mit sieben Teile ein bisschen, ja, mit dem Alter des Filmes, irgendwann in der 80er fängt es da hier auch an, auch wieder 80er, ähm, Horrorfilme. Ähm, aber es kommt noch ein weiterer Film dazu, der heißt Shills Play, das ist ein Remake von, ähm, Shaki. Da haben sie ruhig mal ein Remake versucht, aber, hm. Naja, sehr gut. Der, Leute, original gut, Remake schlecht, mehr gibt es ja eigentlich nicht zu erzählen. Und was Shaki noch beinhaltet, deswegen ist, sage ich, Shaki ist noch aktuell. Cult of Shaki ist auch irgendwann, ähm, weiß ich nicht. Oh, das Jahr habe ich jetzt völlig vergessen. Auf jeden Fall noch relativ frisch. Ähm, Shills Play ist natürlich noch ein bisschen frischer. Und, ähm, und was noch ganz frisch ist, ist natürlich Shakis die Serie. Ähm, das sind auch weiterhin die original, fast die originale Puppe. Die Puppen werden sich ja auch im Laufe der Zeit immer so ein bisschen verändern. Vermutlich original so weg oder so. Ähm, aber die Serie, ähm, ist halt noch aktuell. Da jetzt auf Englisch, leider im Moment nur, nicht auf Deutsch, Staffel 2, ähm, schon auf Amazon Prime verfügbar ist. Wo weiß ich jetzt noch nicht. Müsst ihr eigentlich mal gucken, ob ich es auch immer auf Deutsch gebe. Ähm, aber wird wohl auch bald die Staffel 2 auf Deutsch hoffentlich geben. Weil die Serie fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Fast nicht ganz immer. Aber, ähm, ja, das kann man gut sehen. Kann man sehr gut sehen. Und damit schwenken wir dann auch gleich mal um zu die, hoppla. Ich muss von unten anfangen, sonst klappt das nicht. So, so. Und so. Ghostface. Sehr bekannte Person. Ähm, auf relativ wenig Filme. Ähm, da gibt es erst fünf. Ich glaube, am sechsten ist auch schon im Gespräch. Also, Ghostface. Nur leider hat Ghostface so einen kleinen Nachteil. Da, ähm, es nicht immer derselbe Killer ist. Die Figur, die gestaltet immer den gleich aus. Aber Ghostface, ähm, ja, ist auch für eine Halloween, ähm, Kostüm sehr beliebte Sache. Und, ähm, auch, ja, auch eigentlich ein super Wiedererkennungswert. Wie zum Beispiel die ganzen Stream-Reihe hier. Stream 1, 2, 3, 4. Dann kam vor ein, vor zwei, drei Jahren. In die 22 kam, glaube ich, sogar der fünfte, glaube ich, irgendwann raus. Bin ich mir jetzt, ähm, auch nicht ganz so sicher. Ich hab das nicht so mit Zeiten. Obwohl ich da muss, zu Grimm 5 fand ich schon relativ okay. War jetzt nicht speziell was Neues. Aber, ähm, ich bin natürlich gespannt, wie es, ja. Es soll noch einen geben. Es soll noch einen geben und, ähm, Scream 6. Und da bin ich natürlich wahnsinnig neugierig drauf, wie das da so weitergeht. Aber auch das war noch nicht alles. Weil es, ähm, ja auch tatsächlich sechs Filme, also relativ durchschaubar ist das noch. Obwohl zwischen vier und fünf eine ziemliche Zeitspanne ist, bevor es weiterging. Scream haben sie doch ein bisschen runterfahren lassen. Aber auch nicht ganz, weil zwischendurch, äh, bevor es Scream 5 gab, auch noch eine Serie gab. Ähm, die Maske ist nicht ganz die Originale. Ich geh mal von aus, da gibt es wohl rechtliche Gründe. Aber, ähm, ja, was soll ich sagen? Schlecht fand ich die jetzt auch nicht. Da muss ich schon sagen, könnte man sehen. Also auch hier für die Leute, die auch gerne Serien mögen, Scream, kann man ruhig anschauen. Ähm, es ist natürlich ein kleines bisschen Terrorsache, ähm, weil man, weil er da am Telefon auch immer telefoniert. Und, 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 eigentlich wirklich wahnsinnig krass. Was ist denn Lieblingshäure-Film und sowas alles. Also ist schon gut gemacht. Bloß wo ich manchmal das Gefühl habe, ähm, so ein bisschen trottelig sind die Killer da denn schon. Aber, ähm, ja. Lässt sich gut anschauen. So, da haben wir noch einen. Ich habe da noch eins rausgesucht. Und zwar nichts schwereres und, und brutaleres als Leatherface. Der ist ja nun wirklich, ähm, ein ziemlich alter Schinken. Aus den 70ern. Müsste, glaube ich, der erste sein. Oder wirklich ganz knapp 80er. Oh, da müsste ich jetzt skurreln. Ich meine aber, es ist sogar noch einer aus den 70ern. Gibt es auch etliche Filme. Also, ähm, ganz so neun Stück. Und, ja. Wo ich aber sagen muss, ich komme da auch nicht ganz mit zurecht. Ähm, außer 1, 2, 3 und 4. Also 4 ist dann die Rückkehr. Und, ähm, ja. Dann gibt es auch irgendwann Brückwills und, und, und einen Vorgänger. Und dann gibt es immer einen Vorgänger von der Vorgänger. Und, ja, das ist ein bisschen schwierig. Und dann gibt es, ähm, halt auch wieder, der heißt Leatherface. Wenn man das hier so schauen tut. Der dritte Teil hieß eigentlich Leatherface. Der Texas Chainsaw Massaker. Aber der neueste hieß dann auch Leatherface. Dann heißt der eine, ähm, Texas Chainsaw Massaker wie der erste. Und, und dann gibt es noch einen Texas Chainsaw. Also, der heißt, glaube ich, nur Texas Chainsaw. Ähm, ja. Ja, die haben alle keinen Untertitel mehr. Oder 4, 5, 6, 7. Das gibt es nicht. Das muss man wirklich sehr gut angucken. Und wenn man einen Film schauen will. Wenn man gerade einen so irgendwie hat. Was ist das jetzt eigentlich für ein Teil? Weil, ähm, ja. Wie gesagt, das, die haben alle keine Zahlen mehr. Ähm, außer ich jetzt hier. Texas Chainsaw Massaker zu Beginn. Ähm, da hat man noch ein Beginning. Ist alles so ein kleines bisschen verwirrend. Aber im Grunde genommen, ähm, sind die fast alle gut. Der letzte, der jetzt auf Netflix läuft. Den man auf DVD und so gar nicht, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ähm, da fand ich jetzt nun ein bisschen merkwürdig, dass er so in der Stadt zu spielen wird. Also ein Bus, ja gut. Ähm, wird auch nicht zu viel verraten. Also man kann da einen Teil auf Netflix sehen. Und wer von der Netflix hat, kann das gerne mal tun. Auf jeden Fall gibt es ja auch reichlich gute Teile von. Und ja, der eine oder andere dürfte sich daran erfreuen. Obwohl der erste natürlich der Skandalfilm überhaupt ist. Und, ähm, doch ein bisschen extreme. Man muss nur sich in dieser Situation befinden. Man muss sich auch ein bisschen mitfühlen. Und dann merkt man schon, hm, eigentlich schon ganz schön krass. Der zweite und dritte läuft dann auch so gleich ab. Also, Freunde, ähm, das waren die nächsten drei Horrorklassiker, die ich euch mal vorgestellt habe. Und hoffe, ähm, der eine oder andere kennt die Dinge auch. Und wünsche euch damit erstmal einen schönen Tag. Immer tatsächlich fix deine Faxi.